Kresse stimmen zu den Landtagswahlen in Baden vom 19. Oktober und der Stichwahl vom 28. Oktober 1905. Badischer Beobachter, 21. Oktober 1905. Das Zentrum kann mit diesem Resultat zufrieden sein. Da und dort wurden die höchsten Erwartungen erfüllt und meistens geschah, was man vernünftigerweise erwarten konnte und erwartete. Kaum an einigen wenigen Punkten blieb der Erfolg hinter der Erwartung zurück. Das ist ein guter Anfang mit dem direkten Wahlrecht. Und eines. Das Zentrum hat alles aus eigener Kraft. Zentrum. Glück auf! Der Volksfreund, 21. Oktober 1905. Die Sozialdemokratie hat keine Ursache, die Tatsachen zu vertuschen oder zu beschönigen. Wir sind mit unserem Erfolge nicht ganz zufrieden. Nicht nur, dass wir verschiedentlich gegenüber den Reichstagswahlen einen Stimmenrückgang zu verzeichnen haben, der sich nicht nur aus dem Umstand erklären lässt, dass viele Arbeiter das badische Staatsbürgerrecht nicht besitzen und viele andere es versäumt haben, ihrer Steuerpflicht zu genügen, wodurch sie des Wahlrechts verlustig gingen. Wir dürfen es offen gestehen. Es fehlt der Schwung der Begeisterung. Der Volksfreund, 29. Oktober 1905. Badens Volk stand vor einem Wendepunkt der politischen Entwicklung. Es hat sich im entscheidenden Augenblick der auf ihm lastenden Verantwortung gewachsen gezeigt. Zum ersten Male hat die liberale Wählerschaft Schulter an Schulter mit der klassenbewussten Arbeiterschaft entschlossen den Kampf gegen die Reaktion geführt. Badischer Beobachter, 31. Oktober 1905. Der Stichwahlliberalismus hat natürlich am 28. Oktober einen guten Fang gemacht. Zehn Mandate hat er im Verein mit der Sozialdemokratie und was sonst noch liberales Gebein trägt, ergattert. Den Sozialdemokraten hat sich ihr altes Schweineglück bewahrt. Es war aber auch von vornherein klar. Nimmt eine Partei um 20.000 Stimmen ab und gewinnt bei der Stichwahl sieben Mandate und hat also im Ganzen zwölf. Freiburger Zeitung, 31. Oktober 1905. Das direkte Wahlrecht hat seine Feuertaufe erhalten. Das badische Volk hat sich durch die allgemeine, äusserst rege Wahlbeteiligung des bedeutenden Rechtes, das ihm die Verfassungsreform gebracht hat, würdig gezeigt. Durch die ganze Wahlbewegung ging ein großer, energischer Zug, der ihr aufgeprägt war durch die eminente Wichtigkeit und Bedeutung der ersten direkten Wahl. Und dann geht's dir whobt, wie er ausgeht wird. Vielen Dank.